Die ist tödlich. Nicht. Nee. Jej! Dann hast du es auf jeden Fall hier schon nicht besogen. Mhm. Und da ist es. Leib aus Griff. Mittwoch, warte da oben Ich habe einen Spieler, der wollte gerade hochrennen, außen Seidst du vor mir? Ich bin hier vorne, ja, ja Das hört sich aber an, wie... Einer wollte ganz oben rein eben, mittlerer Gang ist offen Weiß nicht, ob ganz oben wer ist, bist du? Ich gehe hier durchs Dings rein, Seitenfernsehen Okay Genau da, nicht rein Pst, die Feldklappe? Nicht bewegen Du darfst draußen lang Äh Nicht bewegen Wie lange gedreht So rein, hops Kam der die Treppe runter? Nee, der wollte hoch Der kam aus dem Mittleren Wollte vom Mittleren dann über die Treppe nach oben gehen Hat die Tür aufgemacht Hat reingepiekt Habe ich ihn angeschossen Er hat gedacht, es kommt von innen Geht der da? Das klingt wie ein Scaf Magazin gecheckt Alte, geht ganz lässig hin und her Hört sich nicht nach dem Spieler an Was geht hier jetzt rein? Gute auch hier, äh, Rechelle an uns sein, ne? Ja, aber die, die würden shouten Ganz doll Also ganz laut rein Ja gut, lass mich mal ran da. Kommt. Muss ich nah an, jetzt kommt er. Sag ich ja, Scaff. Warum lässt du mich dir eigentlich an den Scaff töten? Weil du da in der Ecke hängst. Denkst du, ich warte, oder was? Wenn ich sehe, Scaff... Oh, bitte, lieber Diablo, geh vor und töte jetzt den Scaff. Ne, aber wenn du sicher bist, dass das ein Scaff ist, dann sag doch einfach... Hab ich dir gesagt, dass das ein Scaff ist. Aber du hast trotzdem weiter da gehangen und wolltest horchen, oder nicht? Jetzt sag nicht, dass das mein Fehler war. Ich kann mich ja schlecht vorn regeln. Ja, jetzt wieder. Ja, lass mich vor. Ne. Du hast das eine Mal dich beschwert, dass du immer vorgehst. Ich dachte, ich nehme es dir mal ab. Warum ist der hier wieder raus? Das hat keiner auf mich geschossen. Ja, du... Wir sind mit die Ersten gewesen. Kann sein, dass er auch nur das checken wollte. Fast unter uns hier. Hm. Aber dann ist er... Links von dir unter euch. Rechts höre ich. Jetzt höre ich ihn leicht. Ne. Rechts. Nur ganz leicht. Jetzt kommt was gerannt. Kommt gerannt. Kommt gerannt. Kommt gerannt. Kommt gerannt. Wo, glaub ich? Weiß ich nicht. Er kommt. Kommt der Nächste. Kommt nicht hoch. Noch nicht. Er wartet. Denk dran, du kannst nicht durch die Leiche schießen. Wirft ne Granate. Kommt. 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 Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kannst du kurz safen? Ich muss mich eben wiederholen. Ja. Damals hat er nämlich nicht gerechnet, dass du da auf der Ecke stehst. Ja. Wenn ich lieben lieben wäre, wäre ich tot gewesen. Ja, ja. Hast du mich übel zugerichtet? Ne, er hat meinen linken Arm totgeschossen. Ja. Oh, die sind zu zweit gewesen. Ja. Hast du nur den einen gehört? Den zweiten habe ich dann nach Rennen hören nach. Den habe ich gar nicht gehört. Okay. Aber der ganze Magazin hat den frei. Wirklich 8 Schuss in die Beine, alter. So. Da ist die Vector. Kein Rucksack? Nur eine Öffnung. Stopp. 41er. Ich habe was. Tot? Ja. Oh, ich darf. Okay. Ich habe auch einen 41er. Ja. Ich habe noch was. Ich darf. Bin ich sicher. Ja. Ja. Kürz. Ja, ja. Er ist wieder runtergegangen. Jetzt liegt da meine Rüssi da hochkant, alter. Ist ja blöd. wie nützlich ist bei dich guck mal hier, da steht die scheiß größere Schüsse der schießt gegen die Leiche ne, irgendwas kommt, Licht das Fenster schießt der, oder? ne, der ist da, der kommt da gleich hoch was, warte, warte, warte muss da überschießen brenn da weg, alter du musst nachladen hey pass auf, der Leiter ist weit keiner, ne? was? der Außentreppe ist einer ok ah, jetzt ist kommt holz ich glaube, der ist unten rein der wird auf der Granate gleich ich aufpassen ich ritter ich gehe nicht rein ich gehe nicht rein ich gehe nicht rein auf dass die beschießen sich da unten gegenseitig, ne? was? wir sind nicht befreundet ok ich glaube, einer kommt wieder hoch ganz nah das ganze oben kommt gleich um die ecke glaube ich hey Halt habe ich B***h, da haben wir noch zwei, die drei B***h, klasse Pazane Er steht da noch um die Ecke Er steht unten Warte Pass auf, pass auf Weg rein, rein weg Ich hab ihn doch, er hat doch geschrien, Alter Den Schreien habe ich nicht gehört, Alter Echt nicht, kein Stück Lade ihm schnell nach Glaubst du, ich glaube da ist noch wer Alter, nicht dein Ernst jetzt Wenn du dich nicht bewegen würdest Sorry, ich wollte gucken Ob von außen trotzdem noch wer kommt Ja, ich wollte was vor euch Vor euch mal Jetzt komm ich da wohl noch nicht hin, wo ich hin will, Alter Ne Redukt Aber sonst ne Scheiß Helm auf Die müssen ein Spieler sein Mhm Die müssen ein Spieler sein Die geht auf Holz Hey, wo ist denn da? Der schießt auf meine... Der schießt auf meine... Der schießt auf meine Tür Ey, ich war noch nicht fertig mit looten, ne Ja, er will den looten Wenn der wieder Granaten hochwirft, ne? Ja Ja, das heißt ja nicht, dass es bloß ein Zweierteam ist Oder war... Aber meine... Ja, Treppe Ich glaube, er ist an der Leiche Ich glaube, er ist an der Leiche Schieß mal durch die Tür Ne, die geht glaube ich nicht durch die Tür Ich schüsse Geht noch mehr Teil? Alles gut Ja, ja, er hat die Tür aufgemacht Der andere kommt die Treppe Mhm Granate Wir gehen ja richtig gut rein, die Granate Vielleicht keine Stamina mehr Oder gehe ich runter und knall die ab Holz Bewegt sich Hab einen Oh Pass auf, Granate Bring ihn weg! Warum wirfst denn du ne Granate, alter? Weil die Munition leer war grad Weil der Team vor dir steht Ich komm mal raus und helf dir, alter Ja Ja War ich denn auch langsam? Ja, jetzt War ich langsam mit der Action Alter Hab ich jetzt mein Mac gedroppt? Wer ist da vorne denn? Er war am Looten! Der Typ Aber mit der Blauhelf Ich hab den großen Rucksack dabei hier Jo, danke! Ja, danke! Danke! Ja, 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 danke! Das ist jetzt egal Mit dem Cobra Hatte keiner ne normale Rüstung von denen angehabt, alter? Hat irgendeiner noch ne Rüstung angehabt von denen? Oder irgendeine Rüstung, die du weggeschmissen hast? War das deine? Ja, war deine, ne? Jaa Nee, neben einem Raum oben habe ich eine weggeschmissen Welchen? Hier? Das ist auch nicht deine gewesen oder was? Doch, da drinnen Ach, das ist dein Ja, auf dem Schrank, genau Das ist meine Ja, ok Da gehen wir um normale Rüstung irgendwie Du dich grad bewegt? Ja Hier ist ja auch noch ein Rootsack, ist der von dir oder was? Nee. Ist ja Standardlehrer oder was? Ja. Ja? Was ist denn hier unten los gewesen? Ja, sag ich doch, alter! Ist ja noch in der TV-110. Ja? Ja, komm. Scheiß drauf. Weg hier, Alter! Ich weiß gar nicht, wie schwer ich bin, ey. Ich bin bei knapp 60 Kilo. Keine Ahnung. Hast du einen Muli geschmissen oder was? Nee, nee. Oh, hab ich überhaupt genug Geld? Warte. Ich hoffe. Bist du da? Ich hab nicht genug Geld. Mir fehlen 2.500 Rubel. Gebe ich denn dir die insammeln? Ja, einfach... Einfach Sliden in der Tasche, irgendwas wegschmeißen, halbieren oder was, und dann... so dass ich einsammeln kann. Wie viel fehlen hier? 3000? Ja, um die 3000. Einfach rausschmeißen. Ja, oder so. Danke. Okay. Wie schwer bin ich denn? 72 Kilo! What the fuck, Alter? Ja. Wollen wir ein bisschen mehr. Das muss ich auf jeden Fall gelohnt haben, ey. Von den XP her. Das muss jetzt mal ein Level Up sein. Schön bewegt. Wenn ich hier noch meinen Stärken trainiere, wenn ich schon mal zu schwer bin. Nein. Ja, das war doch schon... Zutsche... Himmel! Halt im 16. Ja, das war doch nicht mehr. Dann... du musst ihn einfach auch gleichern. Du kannst das mit.